Guten Abend, willkommen und willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Und Freunde, wir haben im letzten Stream alle Packs und Picks gemacht, die es aktuell in FIFA 22 gibt. Also auch den 93 Plus Icon Moments Pick oder die 95 Plus Shapeshifter-Spielerwahl-Objekte. Lasst dafür auf jeden Fall gerne einen Daumen, Daumen und Abo, ich würde mich riesig freuen. Und nun viel Spaß mit den Highlights, die wir so gezogen haben. Es waren auf jeden Fall die einen oder anderen Krankenspieler dabei. Wir haben unser erstes Pack, ein 95 Plus Shapeshifter-Spielerwahl-Objekt. Messi oder Ronaldo? Messi oder Ronaldo? Messi oder Ronaldo? Inchallah. Einer von den beiden muss es werden, Chat. Gut, dann machen wir ja drei Pack. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Drei, zwei, eins. Mario Gomez. Bitte Ronaldo, sí. Abbedi Pelé. Ja, auf 26k. Aber ich will Ronaldo mal. Gib mal Ronaldo, komm. Uba. Wäre natürlich zu heftig, wenn wir Christian und Ronaldo direkt am Anfang ziehen. Oh. Oh, Cordoba. Ja, wir nehmen mal Bedi. Geht auf jeden Fall besser. Ich würde mal sagen, wir machen noch ein 95 Plus Shapeshifter-Pack auf. So, 86er Shapeshifter-Pack. Oh, ich hasse FIFA. Ich hasse es, weil ich zu schnelle Finger habe. So, nächster 95 Plus Shapeshifter. Jetzt Christian und Ronaldo oder Messi. Wir machen wieder ein R3-Pack, Chat. Ich hole meine Maske. Mein Glückshem, Digga. Ihr wollt jetzt unser Glückshem? So. Ich habe so einen langen Zinken, Digga. Ja, krank. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Ramos. Sargio. Thank you, bro. It's really nice. 27.000. Ja. Aber ist cool. Kann man cool in den SBW spielen. Komm, Junge. Helm, straff dich. Oh, Madison. So, weiter. Cordoba. Das kann es nicht sein. Letzter Pick. Jetzt. Ronaldo. See. Oh, Digga. Der ist gut. Der ist gut. Hat der Helm doch was gebracht. Ich weiß, auf dich kann man sich verlassen, Brudi. Nimm auch irgendwie einen Zorn, ey. Das ist auf jeden Fall stabil. Erneut und Pelé als Auswahl hatte. Ich dachte, die sehen nicht. Oh, 85 Plus. Haben wir gemacht. 85 Plus Pack. Aufgemacht. Totti, tot, tot, kotwa. Schade. Was ist dahinter? Was cool ist? Geht nicht in die Geschichte eines besten Ziemann vom Nazi Plus Pack. Aber ist trotzdem sehr geil, weil es viele Special Karten gibt. Und ich habe heute bei Fall Guys Milchshake getrunken. Mal wieder seit lang. Wait a minute. Und ich habe heute bei Fall Guys Milchshake getrunken. Fall Guys, Fall Guys. So, nächstes Ziemann vom Nazi Plus Pack. Eben hat das eigentlich relativ gegönnt. Ich bin gespannt, ob es diesmal nochmal gönnt. Wir machen es direkt auf und schauen, was sich da drin verbildet. So, wir machen es auf und schauen, was drin ist. Ich hoffe, Big, Big Fodder für das 93 Plus Icon Pack, das wir gleich aufmachen wollen. Komm, gib uns großes Futter. England. ZM. Jude Bellingham. 96 rated. Okay. Okay. Mal gucken, was dahinter ist. Ja, 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 ja. Ist auf jeden Fall stabil. Kann man gut mit SBCs machen. So, nächstes 85 Plus Pack. 10 mal 85 Plus Pack. Da kann eigentlich auch was richtig Häftiges drin sein. Schau mal, wir gehen rein. Let's go. Ja, es lodert. Nein. Nein, 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 nein. Der Portugal Bait. Mann, ja. Okay, das Pack ist jetzt nicht so geil. Naja, nehmen wir mal mit. Mal schauen, ob da was cooles drin ist. Ach so. Außer 84 Plus Pack. Geil, nehmen wir mit. Geben wir auf, komm, du hast jetzt ein 85 Plus Pack wegen der Wow-SBC. Ehrlich? Ah, okay, okay, okay. Ah, hier, du hast recht. 10, sogar 10. Einfach geschenkt. Hä, wie cool. So, nächstes Pack, Digga. Wir machen heute ja so viele Packs auf. 5 mal 85 Plus Pack. Wir gehen mal rein. Oh, Deutschland, Neuer. Ja, Manu. Ich habe gerade 99er Messi gezogen. Genau, den will ich auch ziehen. Nehmen wir mit. Nächstes Pack. 10 mal 85 Plus Pack. Ronaldo oder Messi. Ich will Ronaldo oder Messi. Ronaldo oder Messi. Florian Witz. Was ist dahinter? Ja, oh, 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 oh. Ja, ist sehr gut. Sehr gut für SBCs. Perfekt. 93 Plus Eikenmo mit Spielabwahlobjekt. Wir gehen rein mit der Nase. Oh, warte. Wir machen mit Helm. So. Wir gehen rein und schauen, was sich dahinter verwirkt, Chat. Okay, Chat. Das Icon Pack ist offen. Geil, sogar Cam ausgegangen. Geile Cam, Junge. Warte mal. Bevor wir das, guckt euch jetzt diese Cam an, okay? Ich habe viel Geld für diese Cam bezahlt. Weil Leute mich auch immer ärgern wegen meiner Cam, okay? Und jetzt schauen wir uns mal mein erstes YouTube-Video an, okay? Vor einem Jahr. Also, Digga, wenn du mir sagst, dass die Cam besser ist als meine jetzige. Das ist großer Humbug hier. 3, 2, 1. Frankreich, Italien, Mexiko. Geil, Digga. Das sind genau die Nationen, die ich sehen will. Also, Frankreich ist okay. Frankreich hat Potenzial. Italien. Chilini. Mexiko kann der Herrlandes sein, ne? Also, 97 oder 94 bei Frankreich oder 95 bei Italien. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Es ist kein Maldini, es ist kein Zidane, aber es ist entweder Kantonar oder es ist Ori. Und ich hoffe, es ist Kantonar. Weil Kantonar kostet, glaube ich, auch noch so... Ne, Ori ist sogar besser als Kantonar vom Preisverhältnis. Okay, dann schauen wir mal, weil er sich dahinter verbirgt. 3, 2, 1. Ori! Ist okay, Digga. Der kostet eine halbe Million, das ist ein W. 560.000 Coins, Alter. Mehr als eine halbe Million. Okay, 10x85 Plus Pack. Noch ein weiteres 10x85 Plus Pack. All die Dinger kriegst du auf jeden Fall hinterhergeschmissen. Hä? Warum kommt da kein Feuer? Warum kommt da kein Feuer bei Opa? Escharabi, D-Lane. Jo, jo. Stabiles 10x85. Ich habe den Eindruck, die sind extra dafür da, dass du weiter SPCs machen kannst. So, bin ich gespannt. Jahresrückblick-Spielerball-Aplätze habe ich noch nie gemacht. Also, nicht dieses jetzige gemacht. Da bin ich sehr gespannt, was wir da drin ziehen werden. Sage ich ehrlich. Sehr, sehr interessantes Pack. Wir gehen mal rein und schauen mal, was die so können. Jahresrückblick-Spielerball-Back. Noch nie gemacht. Gucken wir mal. Kingslay, komm an. Ich habe ihn wieder. Ich muss ihn diskaden. Ich habe ihn wieder. Ich habe ihn wieder. Wir machen jetzt noch einen 95 Plus Shapeshifter-Effekt, weil ich Neymar oder Messi haben will. Neymar oder Messi. Messi oder Ronaldo. Wex, was willst du? Wex, geh mal schlafen, man. Morgen 11 Uhr treffen, ja. Tim, was machst du hier? Wex, schon betrunken. Soll ich euch mal... Okay, warte mal. Ich expose jetzt Wex. Ich sage, ey, lass mal Illigella Cup. Dann sagt der andere Kumpel, ey, lass mal nach Düsseldorf fahren. Dann sage ich, ich suche uns ein günstiges Hotel raus, was relativ preiswert ist und was drauf hat. Wisst ihr, was der Mann bucht? Er bucht das teuerste Hotel in Düsseldorf. 200 Euro die Nacht. Ich dachte, ich spinne, Digga. Reservierte Abends. Tisch für ein Restaurant. Ich dachte mir so, okay, Currywurst-Pommes essen. Bisschen entspannt. Ich gebe das den Namen ein bei Google. Das sehe ich auf einmal so. Luxus-Restaurant. Ich muss dreimal schlucken, Digga. Ich dachte, was passiert hier denn? Einfach, gib mir die Currywurst-Pommes, Mann. Ich bin zufrieden. Sag ich euch ehrlich. Ey, schau, was ist das? Was ist Oscars? Das war dieses teure Restaurant. Er schreibt, komm einfach mit und nimm deine Bankkarte mit. Geiler Call, Digga. Tim, ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Bester Mann. Er sagt einfach, nimm deine Bankkarte mit, wird teuer. Du wächst abgehoben. Ach, da war ich das auf Spaß. Ich finde seine Sicht auch ganz gut eigentlich auf die Dinge. Er sagt so, man lebt nur einmal und so. Ich finde das, er sagt ja auch mit Urlaub und so. Man lebt nur einmal und so. Erinnerungen sind mehr wert als Geld und so. Habt das schon recht eigentlich. So, Tim auf dem Nazi-Plus weg. Ah, ich dachte, Neymar kurz. Wir haben es geschafft, Jungs. Das letzte Pack für heute. Das letzte 95-Plus-Shapeshifter-Spieler-Wallobjekt. Ich bin gespannt, Männer. Wir gehen rein. Wir machen ja drei Pack nochmal. Komm. Hopp. Machen wir auf den Lacks. Drei, zwei, eins. Sergio Ramos. Okay. Spina Sola. Nächster Pick. Cole. Okay, und jetzt machen wir den Helm auf. Und jetzt der letzte Pick entscheidet darüber, ob wir Lack kappen oder nicht. Drei, zwei, eins. Ronaldo. Rashford ist stabil, sage ich ehrlich. Markus Rashford ziehen wir. So, eins von vier, 87-Plus-Spieler-Wall. Hatten wir noch nicht das Pack. Ich bin jetzt gespannt, was wir da anziehen. Wir machen eher drei, weil es der letzte ist. Wir haben Rafa als ersten Pick. Mal schauen, wer dahinter ist. Palotelli. Inaki. Komm. Okay. Aber hä? Für den 87-Plus-Pick? Voll stabil. Nimm mal 92 Rafa mit. So, Freunde. Das war's für den Video. Lasst gerne einen Daumen da. Lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein. Und ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Bisvuisiäde. Tschüss. Und dannimetri.